Moin Leute, Muitzi hier und herzlich willkommen zu einem weiteren Apex Legends Video auf meinem Kanal. Heute geht es um eine neue geleakte Legende. Diese Legende ist zwar schon vor etwas längerer Zeit geleakt worden und ich kann auch schon mal sagen, dass nicht allzu viel zu ihr bekannt ist, dennoch wollte ich einfach mal ein Video zu ihr machen, zumeist derzeit anderweitig kaum neue Leaks, also News gibt. Bevor wir jetzt direkt starten, wünsche ich euch und euren Familien noch ein schönes Weihnachtsfest und ja, lasst euch auf jeden Fall gut beschenken. Nun zur neuen Legende. Die neue Legende wurde vor längerem in den Dateien von Apex entdeckt und sie trägt den Namen Mali. Abgesehen vom Namen können wir auch noch sehen, dass eine ihrer Fähigkeiten Damage Booster heißt. Vor längerer Zeit wurden auch schon einmal die gesamten Fähigkeiten von ihr geleakt, jedoch passen diese Fähigkeiten überhaupt nicht zum sogenannten Damage Booster, weswegen dieser Leak wohl entweder fake ist oder ihre Fähigkeiten sind verändert worden, ich denke aber eher, dass er fake ist. Was genau der Damage Booster nun für eine Fähigkeit ist, ist nicht bekannt, aber anhand des Namens kann ich mir da schon ein paar Dinge vorstellen. Mit Wampart und ihrer Barrikade haben wir ja auch eine Art Damage Booster und so ähnlich könnte es eventuell auch bei Mali sein. Vielleicht hat man als ultimative oder eben taktische Fähigkeit eine Art Damage Erhöhung, mit der man für ein paar Sekunden lang vielleicht so 20% mehr Schaden macht. Das ist denke ich so das realistischste und sinnvollste, was man aus dem Namen Damage Booster rausholen kann. Man könnte den Namen Damage Booster zwar auch mit Bangalors Passiver Fähigkeit in Verbindung ziehen, aber ich denke das erste macht hier einfach mehr Sinn. Ich denke zwar, dass Mali erst einmal nicht kommen wird, also zumindest nicht in Season 12, dafür ist denke ich halt einfach zu wenig zu ihr bekannt und außerdem gibt es ja noch ganz andere Legenden, die viel wahrscheinlicher kommen könnten, also zum Beispiel Plisk. Dennoch kann es natürlich sehr gut sein, dass Mali in Season 13 oder vielleicht auch später, also so Season 14, Season 15 kommen wird. So und das waren soweit auch wieder alle Infos zu Mali. Bisher gibt es leider halt noch sehr wenig zu ihr oder halt zu ihm, aber wir werden sicherlich bald mehr über sie bzw. ihn erfahren und dann lasse ich es euch natürlich auch wissen. Aber gut, ich hoffe auf jeden Fall das Video hat euch gefallen. Lasst gerne noch eine Bewertung oder einen Kommentar auf das Video da und ja, danke fürs zu Ende schauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.